Musik Hier hinter uns haben wir ein Modell eines LISA-Satelliten. Laser Affirmator Space Antenna ist eine geplante Mission zur Detektion von Gravitationswellen, Schwingungen im Raum-Zeit-Kontinuum. Das kann man sich relativ schlecht vorstellen. Es hilft immer ein Modell zu nehmen und sehr schön und sehr klackig ist die Erde im Gummituch. Man legt die Erde in die vierdimensionale Raumzeit und die Raumzeit wird durch die Masse der Erde eingesetzt. Wir haben eine Krümmung im Raum-Zeit-Kontinuum und wenn man jetzt dazu übergeht, dass man zwei Massen hat, die einander umkreisen, dann verwirbeln die die Raumzeit wie ein Paddel im Wasser. Und es bilden sich Wellen in der Raumzeit und diese Wellen, diese dichte Schwankungen der Raumzeit breiten sich periodisch aus durch das gesamte Universum. Und genau das wollen wir messen mit LISA, mit der Satelliten-Mission. LISA besteht aus drei Satelliten und ich kann Ihnen das hier mal zeigen. Der LISA-Orbit ist ein Orbit um die Sonne, der Erde hinterher. Wir haben hier die drei Satelliten, die der Erde folgen. Der Abstand von Satellit zu Satellit beträgt 5 Millionen Kilometer. Und wir werden dann den Abstand zwischen den Satelliten mit Hilfe von Laserstrahlen messen. Wir bauen das größte jemals von Menschen gebaute Laserinterferometer. Und wir können mit Hilfe dieses Laserinterferometers die 5 Millionen Kilometer mit einer Genauigkeit von einem Pikometer messen. Das ist einer unserer LISA-Satelliten in einem vertreinerten Maßstab. Das hier ist das Teleskop, eins von zwei, wo die Laserstrahlen gebündelt und zum entfernten Satelliten geschickt werden und natürlich auch empfangen werden. Das hier sind Microneed Rusters, mit denen die Position des Satelliten auf Pikometer genau gehalten werden kann, in Referenz zu einer Testmasse. Und die sehen wir hier oben. Das eigentliche Herzstift des Satelliten sind Testmassen, das sind kleine Würfel aus einer Gold-Platin-Legierung, die sich hinter den optischen Bänken befinden. Die fliegen völlig frei im Satelliten und der Satellit hält immer die Referenzposition zu dieser Testmasse. Das Laserlicht wird dann über diese beiden Teleskope auf die optische Bank geleitet. Dort wird es aufgeteilt und dann Photonioden geleitet und dort wird dann letztendlich der Abstand von Satellit zu Satellit gemessen, auf Pikometer genau. Und das wird die Astronomie revolutionieren, weil wir zum allerersten Mal nicht nur in den Weltraum gucken und uns tolle Bilder ansehen, sondern wir werden zum ersten Mal hören, was das Universum uns sagt und wir werden zuhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017